Das ist die momentane Geräuschkulisse vor meinem Fenster. Das ist so gut als grün Sieg. Ja, nicht ganz bitter, weil das schon wach. Und hier noch ein paar kleine Fakten. Ich wohne seit etwa 30 Monaten hier in dieser Wohnung. Das sind etwa 2,5 Jahre. Und das hier ist jetzt die 18. Baustelle in meiner Straße direkt vor meinem Fenster. 30 durch 18 sind Pi mal Fensterkreuz 1,5. Das heißt etwa alle anderthalb Monate. Stellt euch das mal vor. Vor einem Monat und noch ein kleiner halber Monat, also einem Monat und nochmal zwei Wochen, also sechs Wochen, gibt es hier eine neue Baustelle. Eine Baustelle braucht in etwa zwei bis drei Wochen. Das heißt, es wird ein neues Loch gegraben und das ist meist nur wenige Meter von der Baustelle von vorher weg. So, und als sei das noch nicht genug, von Anfang August bis Anfang September wurde die Wohnung rechts neben meinem Zimmer renoviert. Und von Anfang September bis genau jetzt, und wahrscheinlich noch sehr viel länger, wird die Wohnung links neben meinem Zimmer renoviert. Mit Wand aufbrechen und einbrechen und Tür einsetzen und Schlagbohrer und hast du nicht gesehen und allem drum und dran. Die Arbeitszeit beginnt früh um sieben. Was lernen wir daraus, liebe Kinder? Manchmal ist das Leben ein bisschen blöd, aber nur ein bisschen. Was lernen wir, was lernen два Frage. Bisschen hier! Bis zum nächsten Mal.